Wir sind auf dem Spielplatz. Unsere Stadt aus Bauklötzen ist inzwischen sehr groß geworden. Denn Dodo baut jeden Tag daran. Hallo Dodo! Was wirst du heute denn für uns bauen? Hm, ich glaube das ist ein Bogen. Aber der obere Teil muss noch fertiggestellt werden. Dodo, weißt du welche Figur wir dafür brauchen? Schau nur, der Lastwagen hat einen Würfel, eine Kugel und ein Dreiecksprisma gebracht. Welche dieser Figuren brauchen wir, um den Bogen fertig zu stellen? Das Dreiecksprisma? Gut, versuchen wir es. Das ist toll geworden. Kinder, wisst ihr welche dieser Figuren das Dreiecksprisma ist? Richtig! Das ist das Dreiecksprisma. Abonniere Spass für Kinder, damit du die neuen Zeichentrickfilme nicht verpasst. Das ist das Dreiecksprisma? Und das ist das Dreiecksprisma ist das Dreieckprisma?